Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer und zwar mit diesem heutigen Video. Heute geht es darum, dass wir dir die beste Ausdauermethode mit an die Hand geben wollen, die du als Fußballer nutzen solltest. Klick hier gerne mal das Video an, nach diesem Video, wenn du wissen möchtest, was beim Ausdauertraining grundsätzlich zu beachten ist. Jetzt geht es darum, dass wir dir die beste Ausdauermethode anhand eines Beispiels zeigen wollen. Und zwar ist es so, dass dich als Fußballer besonders die Intervallmethode interessieren sollte, beziehungsweise das Intervalltraining. Ganz kurz gesagt, im Fußballspiel ist es niemals so, dass du 90 Minuten nur mit dem gleichen Tempo läufst. Deswegen solltest du nicht immer 9 Kilometer, beispielsweise nur mit der Dauermethode, joggen gehen. Nein, in einem Spiel hast du immer Tempo-Wechselläufe drin. Das heißt, die Intensität, beziehungsweise das Tempo deiner Sprintgeschwindigkeit variiert. Und genau so solltest du auch deine Ausdauer trainieren, wenn du deine fußballspezifische Ausdauerfähigkeit verbessern möchtest. Deswegen heute dieses Video. Ich zeige es dir einmal kurz. Ich habe insgesamt in dieser Turnhalle 4 Hütchen aufgebaut. Jedes Hütchen misst einen Abstand von 10 Meter. Das heißt, dieses Hütchen hat 10 Meter zu diesem Hütchen Entfernung. Dann wieder 10 Meter zum nächsten und 10 Meter zum nächsten. Wir machen jetzt das Intervalltraining, beziehungsweise die Tempo-Wechselmethode, indem ich gleich mit einer Sprintgeschwindigkeit von 100%, das heißt absoluter Sprint, von der Position hierhin sprinte zum 10 Meter entfernten Hütchen und dann mit 10% meiner maximalen Sprintgeschwindigkeit wieder zurück. Dann laufe ich ohne Pause mit einer Sprintgeschwindigkeit von 90%, also fast maximal, zum nächst entfernten Hütchen und dann mit 20% wieder komplett zurück. Dann laufe ich mit einer Sprintgeschwindigkeit von 80% zum letzten Hütchen und dann wiederum mit einer Sprintgeschwindigkeit von 30% meiner maximal möglichen Leistung wieder zurück. So haben wir immer wechselnde Belastungen drin, wie du es auch im Spiel hast. Ja, manchmal Standard, dann Sprint, Richtungswechsel, langsam zurückjoggen, was du eigentlich nicht machen solltest, dann wieder Sprint und so weiter. Und das versuchen wir mit dieser Methode darzustellen. Versuche einfach mal ein bisschen zuzuschauen. Ich zeige es dir nachher auch nochmal mit Ball. Einfach mal zuschauen und zu Hause unbedingt nachmachen. Ich zeige es dir nachher auch mal. Das wäre jetzt ein kompletter Durchgang. Du machst so viele Durchgänge hintereinander, bis du merkst, dass du die einzelnen Intensitäten nicht mehr halten kannst. Zum Beispiel, du würdest eigentlich mit 100% zum ersten Hütchen sprinten, du schaffst es aber nicht mehr mit 100%, zum Beispiel nur mit 80, 90. Dann hörst du auf. Und das machst du so häufig, wie gesagt, bis du die einzelnen Intensität nicht mehr halten kannst und dann machst du eine kurze Pause und fängst beispielsweise drei Tage danach wieder an. Insgesamt kannst du dieses Training zwei bis drei Mal pro Woche machen. Ich zeige dir jetzt nochmal, wie es ungefähr mit Ball aussehen kann. Du kannst es natürlich ohne Ball machen oder auch mit Ball. Das bleibt hier überlassen. Und das bleibt hier überrascht. das komplette video die beste methode für dich als fußballer und eine ausdauer langfristig fußballspezifisch zu verbessern macht wie gesagt dieses ausdauertraining ungefähr zwei bis drei mal pro woche hast du schon mannschaftstraining zwei oder dreimal dann mach es maximal maximal zweimal pro woche wenn nicht sogar nur einmal pro woche ansonsten schau sehr sehr gerne bei uns auf dem instagram kanal vorbei das unten in der video beschreibung verlinkt da posten wir fast täglich neue videos und vergiss nicht auch diesen kanal zu abonnieren die glocke zu aktivieren ein like und einen kommentar dazu lassen das würde uns persönlich sehr sehr freuen und vergiss auch nicht dass jeden montag und jeden freitag hier auf diesem youtube kanal ein neues video kommt ein neues video um dich als fußballer als fußballerin zu verbessern und ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen als wir sind raus bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal